hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen info video und zwar geht es heute um einen geheimen versteckten raum und zwar gibt es ja hier in der anfangsstadt die hier ist oder halt hier oder hier je nachdem wo ihr startet gibt es ja diesen boss der ansässigen kriminellen organisation den müsst ihr auch in einer der anfangs quest umbringen jedenfalls hält er sich hier am marktplatz auf und genau zu diesem marktplatz müssen wir auch und wenn wir vor ort angekommen sind zeige ich euch wie er den geheimraum findet so wenn ihr dann im marktplatz angekommen seid dann müsst ihr auf jeden fall reingehen und die treppe nach oben nehmen und hier befindet sich dann eine tür wo ihr rauskommt aufs dach zeige ich euch gleich ich muss nur mal ganz kurz hier eventuell okay das ist glaube ich ein anderer spiel ein bisschen aufrollen perfekt und lenkt er eventuell die ganzen leute ab hier noch sind ein bisschen was kassiert unterwegs aber es geht noch so genau hier ist nämlich die gute tür und menschen ganz kurz ein bisschen muni sichern von dem kollegen hier eine handgranate kann man auch mitnehmen müssen wir hier noch schönes so genau hier aufs dach wenn ihr dann auf dem dach seid müssen natürlich ein bisschen gucken ihr seid ja natürlich anfällig leute die auf mich schießen können aber ihr rennt einfach hier einmal rum und dann habt ihr hier eine tür und die führt euch in einen geheimen kleinen raum genau da habt ihr hier eine kiste die könnt ihr einmal looten ich schau mal ob wir was schönes bekommen hier ein bisschen was lass das mal droppen wir downloaden das mal wir droppen das mal das war jetzt eigentlich falsch aber ist egal dass wir das hier noch mit und das hier noch mit und hier habt ihr einen medizinschrank den könnt ihr auch noch looten das können wir hier mal wieder reinschmeißen das schmeißen wir mal hier rein aber wir hätten eventuell was alles genau wo ist denn das volle ding wenn wir das hier noch ein bisschen unterbringen perfekt dann können wir nämlich die magazine doch wieder mitnehmen genau und dann braucht ihr halt diesen schlüssel hier nicht wenn ihr natürlich den schlüssel habt so wie ich dann könnt ihr auch einfach quasi von der oberen etage hier rein kommen aber weil sie nicht habt geht ihr einfach außen rum und dann ist das gar kein problem ja das soll es eigentlich schon gewesen sein wieder nur ein kleines info video wie ihr ein ein wenig gut dran kommt und dann hoffe ich es hat euch gefallen dann lasst doch gerne ein abo und daumen nach oben da ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen tag bis dahin ciao